13.000 Zuschauer sind da. Liebeschießen, das vorletzte Schießen am heutigen Tag. Sie ist... Der echter Fehler. Fehler zum Beginn, dann... Treffer sehr weit unten auf diesen 45mm Scheiben durchmessen. Gleich die erste reicht. Laura Dahmeyer, Wasson und bleibt fern. Dann die anderen. Dann sind sie gleich zu viert, zu fünft. Super spannend. Dahmeyer, fünfte Medaille. Das ist ihr schon im letzten Jahr in Oslo gelungen. Das war ihre Bedingungen und ihr Material gelobt. Laura Dahmeyer bringt zu Ende, was die anderen begonnen haben. Wahnsinn! Wieder ein Sieg für Deutschland. Und sensationell, Rang 2 für die Ukraine.